Es wird schön da und es hat keine Maut, wir können ja die Familien mitnehmen. Das ist eine tolle Sache, diese Veranstaltung, die doch international besetzt ist und den regionalen Flair und Charme kriegt und das sollte man auf alle Fälle die nächsten Jahre beibehalten und auch forcieren, dass das wirklich sich etabliert und die Einheimischen das auch mitkriegen. Musik It's pretty good, I like this, this is nice and cold. Musik 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 Für mich ist eigentlich, die Alpen tue ich jetzt noch einmal anfangen, aufwärmen und einmal in das Renngeschehen ein bisschen reinkommen, aber es passt und ich bin zufrieden und ich freue mich, wie gesagt, auf die nächsten zwei Tage jetzt. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Applaus Heute bin ich mehrmals unterwegs gestorben. Die Beine waren nicht so wie gestern, von daher... Unterwegs hätte ich nicht mehr damit gerechnet, dass ich das ins Ziel schaffe. Ich habe einfach versucht, mein Tempo zu fahren und hatte schon gestern mir vorgenommen, dass ich an jedem Ende vom Anstieg, bevor es irgendwo in den Trail runter geht, mit einem Lächeln in den Trail reinfahren möchte. Und das hat heute auch ganz gut geklappt. Sicher hätte ich gerne den dritten Platz gehalten, aber ich bin super zufrieden mit dem vierten Platz. Es sind ja noch zwei Tage, wo man noch alles geben kann und vielleicht passiert ja eine Überraschung, man weiß es ja nicht. Ich habe heute gesehen, dass ich das kann, wenn ich alles perfekt mache. Ich habe versucht und es ist da. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann sind wir noch einmal hier.